Na gut, mach ruhig Fadenschuss, ist mir egal. Ja. Ui. Ich versteh's nicht, hier ist kein Gras. Das ist, glaub ich, irgendein Fehler gerade. Muss ja ein Fehler sein. Ja, das ist ein Fehler. Beleber, jetzt schon. Entscheidend muss ich wahrscheinlich gleich einen Team Rocket-Mitglied finden und der geht dann weg und petzt es oder irgendwie so. Saftkorn! Der bringt richtig viel EP, aber leider haben wir schon mitbekommen... Ja, dieses Problem, natürlich das Härtner-Problem. Härtner, Gärtner. Hm. Das kann jetzt die ganze Zeit so weitergehen, leider. Ich tausche einfach die Pokémon so lang. Der bekommt ja auch noch ein bisschen dazu. Trü... Ne, Tyrakrook. Diesen Namen lerne ich nie. Lebensschelle. Oh. Die Genauigkeit sinkt. Hm, nicht schlecht. Alter. Ja. Jawohl, Level 7. Ich dachte schon Donnershock, schade. Wo geht's lang hier? Zerkel Boah, wenig Volltreiber kommen Ja Hm, so wenig Alter, das gibt's noch nicht Was, denn Zubat? Uh Du tausch dich lieber Ich hoffe, dann bekommt ihr trotzdem noch 30 Stück Ja Kommt schon 30 Mist Okay, anscheinend komme ich hier wirklich nicht weiter Uh, geil Ein Paras Hm, hol ich mir das oder nicht? Nee Und tauschen Und da müsste es eigentlich reichen Ist ja wieder 8 Hoffentlich Donnerschock dann Ja Ja Hm, wieder nichts Hey, es ist abends Doch nicht Hast du schon mal Äh, nein Bin ich nicht Mal wieder aufladen Oh, die da müssen Sie mich fast tot Und das machen wir ja gar nicht Nee, nee, nee Mich ärgert es, dass er immer noch nicht Donnerschock kann Das ärgert mich einfach so So, ich guck jetzt auf Status des Eies Ich denke mal, da steht jetzt Ich denke mal, da steht jetzt Es bewegt sich Heftig oder so Es sind schon laute zu hören Es wird bald schlüpfen Ah, gut Dauert also nicht mehr lange Und wirklich nicht mehr lange Ah, leckt auch nicht Hier ist ein Markt Mal ansprechen Hä? Was soll ich denn machen? Ich verstehe es nicht Hier ist auch nichts Vielleicht hier? Hm Aha Äh, Kurt, nein Hm, Trottel Kurt? Ah, der Weg ist frei Hm Haha, Trottel Loser Okay, ich tue es nicht für dich Ich haue ab Nein, Scherz Jetzt geht's los Mist, ich stand da oben Wache Als Verrückter vorbeikam Und mich anschrie Ich bin so erschrocken Dass ich hier Hinuntergefallen bin Ich glaube, ich lasse meine Wut An dir aus Ja, das ist auch eine Methode Team Rocket So schnell wie das Licht Verkloppt mich nicht Denn ich Verkack dich nicht Ach, egal Voltila Routenschlag Das sinkt die Defensive Tackle Tackle Und ein Volltreffer Ein Tackle zurück Oh, vernichtender Schlag Tackle Tackle Oh Tackle Oh Okay Pokémon Wechsel Dürer Rock Tackle Ein schwacher Schlag Kratzer Boom Tot Wie viel Hm Nicht schlecht Rats, rats Komm zurück Du bist dran, Voltila Wow, 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 wow Und wieder wechseln Dann ist er 9 Und vielleicht kann er dann endlich So nach Schock Tackle alleine reicht Leider nicht Lehm Schelle Mist Hör doch mal auf Rats Rats Und Aqua Knarre Ja, perfekt Level 9 und Ja Donnerschock Richtig gut Rockel Rübel Wurde besiegt Äh Heute ist nicht mein Tag Tja Meiner schon Rats